Ich komm da nicht hoch. Hast du dich schon wieder geschoben? Ja. Ja, man ist Collisions on, Peter. Weißt du, was eine Collision ist? Ja, ich hau dir gleich in die Fresse. Das ist eine Collision. Okay, Peter hat den ersten Stein geworfen, möchte ich dir was sagen, ja. Das ist auch direkt so. Das ist auch wieder gesilenced. Wieder die absolute Stelle ist da jetzt passiert. Und jetzt brodelt der Vulkan. Langsam aber sicher.